Move Items from here... Blablabla... Aha, aha... Nein, was ist das? Das habe ich momentan bei mir. Moni ohne Ende... 3.0 und... 7.800... Also, was kaufen wir denn? Purchase... Aha... Oh ja... Sehen wir wahrscheinlich hässlich aus, aber... Bin ich mir sicher, ja... Ah, dann... Zeigen wir gleich mal, wie das immer aussieht... Hier, schön... Reinstellen... Das ist die Umkleidekartine der Zukunft! Metallisch... und hygienisch... äh... Unbequem und... angsteinflößend! Oh... Komplett? Ja, geil! Das weckt Erinnerungen, hm? Genau... Und das fehlt noch, genau... Jetzt fühlen wir uns doch schon viel besser... Ja... Jetzt fühlen wir uns besser... Obwohl in Weißrum zu rennen auch irgendwie cool ist... Ist er nicht schön... So, gehe ich nächstes Jahr auf Karneval... Yeah! Und was bin ich dann? Ein wandelndes... sonst was... Blechhaufen... keine Ahnung... Abspeichern... Ah, das rechts-links gehen ist immer so ruckartig... Das sieht aus... Lustig aus... Yeah, der... Der tanzt! Yeah, der hat's drauf! Da, da, da... Moonwalk, 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 Moonwalk... Ich hab gesagt Moonwalk, du Idiot! Ja, okay... Da, 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 da... Komm, wackel mit dem... Das sieht aus! Irgendwie erinnert mich das so an Chapoeira-Style, also diese Kampftechnik da aus Tekken... Yay! Das ist lustig! Absolut lustig! Hahaha! Geil! Oh man... Tekken lässt grüßen... So... Speichern... Chapter 2... Chapter... Wie, nein, ist es jetzt... Äh, passt! Ja, passt! Also, Mats gesehen, es ist... Ja... Genauso wie es 1er... Brutal... Ey! Ja... Brutal... Definitiv... Abtrennen, was geht... In Deutschland... Ungeschnitten... Telekinese-Fähigkeit find ich richtig lustig... Kann ich alles... Das ist auch... Stuhl! Setz dich! Hm? Was wird... Das jetzt? Auch find ich so... Ah... Das ist ein bisschen komisch... Mit dem da sowieso... Kleine Stücke rausreißt... Ich mag dich nicht... In die Ecke und schäm dich los! So... Genau... Hier, damit du besser sitzen kannst... Und... Du bist das allerletzte... Und du hast doch den Müll... Warum geht das nicht weg? Geht doch! Bitteschön! Genau... Du hast noch was vergessen... Alles aufräumen... Kriege ich das in den Mülleimer rein? Nein... Stell ihn auf... Ja... Gut... Nein... Nein... Ey... Wir sind hier umweltfreundlich... Also los... Rein damit! Wie soll's da rein? Vielleicht ein bisschen zurück... Es geht nicht... Aber... Ich könnte es irgendwie drauflegen... Ach... Egal... Wurscht... Press Tab... To view... To inventory and locks... Okay... Das finde ich auch cool... Dass das alles so richtig schön interaktiv ist... Schau mal wenigstens noch mal kurz weiter... Okay... Vakuum... Oh ja... Das ist toll... Da hört mir die Scheißviecher auch gar nicht... Mal ganz... Oh... Wasserdrops... Tropfen... Mein Denglish ist cool... Im 1er wär jetzt einer hinter uns... Hier nicht... Was soll man davon halten? Oh... Da hin muss ich? Was ist das? Stasis Recharge... Stasis Recharge... Oh... Der Raum sieht mir schon gemacht für... Brainfuck aus... Oh je... Was? Ach du Scheiße... Na super... Perfekt... Gleck mich... So... Ist gut... 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 Was? Boah... Scheißviech... Mann... Wo ist C? Wo ist C? Ich will C nicht... Drecksviech... Drecksviech... Stasis... Stasis... Ich brauche mehr Stasis... Oh... Mann... Das ist richtig schlecht... Was ich hier veranstalte... Ich finde auch die scheiß C-Taste nicht mehr... Gut... Nummer 1... Gliedmaße Nummer 1... Und... Jetzt... Fehlt das noch... Alter... Ich treffe nicht... Ich bin nicht gemacht für das Spiel... Ja... Definitiv nicht... Der bewegt sich auch zur Scheiße... Ich verballe hier all meine Muni... Endlich... Was? Na warte... Nein... 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 Dana... Ich bin aus dem Krankenhaus... Okay... Die Transstation... Das war für einen Monat... Und zwar für einen Monat... Wie lange habe ich hier... 3 Jahre... Tydman... Findest du im Raum... Näher von Aegis 7... Und hat dich hier zum Studium gebracht... Warum kann ich mich nicht erinnern... Der Marker, den du gefunden hast... hat dein Gehirn... mit einem sehr komplizierenden Signal... Je länger du wachst... Je länger du wachst... Je mehr das Signal verbreitet... Es wird dich töten... Isaac... Tydman versuchte... es mit Memoriesuppressantem... Du sagst, du es würdest... Ja... Nur, wenn du mich in Zeit reachst... Tram Station... Geh los! Ich gehe jetzt zurück... Ich speichere... So... Hier fühle ich mich wesentlich wohl... Ah... Mein Kumpel ist auch noch da... Hab ich nicht gesagt... So... Sitzt... Passt... Hat Luft... Huah... 45 Minuten... So... Jetzt ist aber definitiv Ende... Ich hoffe... Der Person, der ich das aufgezwungen habe... hat es gefallen... Und... Dem Rest wird es schon auch gefallen... Und... Vielleicht... Nehme ich irgendwann mittendrin nochmal auf... Bei so einem... Wenn ich mir denke... Ja... Jetzt kommt mal was richtig Interessantes... Schönes... Totes... Brutales... Total brutal... Irgendwas in die Richtung... Jedenfalls... Plasma Cutter... Macht Fun... Stars ist ebenso... Blutig wie sonst was... Nichts für schwache Nerven... Nachtspielen... Perfekt... Und... Dafür... Muss es eigentlich einen... Oscar geben... Aber... Der wird nächstes Jahr verliehen... Von mir... Persönlich... Das ist dann der WTD Stiftungs... Für... Kranke... Spiele... Preis... Ja... Wird noch ins Leben gerufen... Bis dahin... Servus... Bis dahin...